Oh Freunde, was geht? Ich bin Zephyr, Zocker. Heute zocken wir mal wieder GTA. Kommt glaub ich gar kein Fortnite mehr auf diesen Kanal. Ja moin. Okay doch, wenn die Roboter weg sind, dann kommt GTA. Ja, genau. Dann kommt Fortnite. Aber... Ich werd nie wieder Fortnite spielen. Ja, ich schon, halt wegen dem Battle Pass auch. Das sind meine heutigen Tagesziele. Nimm am Fleck Urteil, entspanne ich im Whirlpool und versorge die Hanfplantage. Hanfplantage mach ich so wie immer. Und das mit dem Whirlpool. Dann sehen wir uns gleich beim Diamonds Casino, weil ich hab euch ja schon vor drei Videos, glaube ich, hab ich euch das erklärt. Dass ihr einfach zum Diamonds Casino gehen sollt und einfach... Warte mal kurz. Hab dich, Flieger, Alter. Und einfach oben auf die Dachterrasse gehen sollt. Und dann sehen wir uns gleich. Ungefähr jetzt. Spaß, ne. Ich sag das irgendwie jedes Video, das ist so dumm eigentlich. Dann sehen wir uns gleich beim Diamonds Casino. Supporten und dann mit den Bühnen schicken. Ja, so mach ich das, ne. Einfach eins zu eins zu... Du musst zwar ja gucken, ob man deine Dinger-Adresse nicht sieht. Ja, würd ich dann wegstreichen, aber... Kann man ja machen. Support ist kein Mord. Hast du das Bild gesehen, ne, was ich da gezeichnet hab? Ja. Wie hast du das gemacht? Er selber gezeichnet. Nur die Augen von Yonsha, Digga, das sieht so krüppelig aus. Weil Augen kann man nicht so gut zeichnen. Also kann man schon, aber ich nicht. Ich kann gar nicht malen. Aber sieht schon gut aus, ne? Oh, ich kann ja mein Tagesdreh auch noch abholen dann. Und, ja. Wir gehen aber erstmal kurz zum Whirlpool. Dachterrasse dann. Hanfplantage kaufe ich dann einfach wieder für 75.000. So wie letztes Mal. Weil kein Bock da jetzt drei Stunden... Ja. Hier ist der Whirlpool. Ne, keine Waffe droppen. Und einfach rein. Dann werdet ihr... Dings. Und dann... Da raus. Ah, ne. Ich muss mich ja entspannen. Ich muss ja rein. Und dann muss ich mich hinsetzen. Setzt doch hin. Oh, jetzt macht das. Ja. Entspann dich in meinem Whirlpool. Geil. Entspannung Whirlpool. Okay, aufstehen. Das war's. Dann sehen wir uns gleich, wenn wir bei der Hanfplantage von mir sind. Bis gleich. Im Mangos. Kappa. Ah, bis gleich. Warte, hab ich einen Fallschirm? Bruder, wisst ihr was ich mache? Kein Bock wieder... Ah, ne. Ich wollte ja meinen Tagesdreh machen. Okay, ne. Dann... Dann muss ich doch nochmal einmal herunter. Also... Warte, kann man hier in die Toiletten? Ah, das... Ne. Ne, kann man nicht. Schade. Unten, also im Casino kann man ja in die Toiletten rein. Und hier leider nicht. Ja. Das Beste ist, ich frag, ob ihr Black Ops sehen wollt mit Leon. Also mit Threadformer Aaron, der auch gerade in der Party ist. Danke für deine Anwesenheit. Danke, dass du nichts sagst. Tschüss. Na, was denn? Das ist mir ja voll verpennt. Ich dachte, du sagst jetzt so Moin Moin oder so. Ne, ne, kommt nichts. Kommt nur. Playstation-Sounds-Digger. Hä? Ja, die steht da immer noch. What the fuck? Kurz First Person. Das ist ja der Benefaktor. Schlagen. Ey, 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 ey. Ich versuche schneller, so dran zu kommen. Jeaks. Als ob der jetzt dreht. Ne. Ich dachte einfach, du kommst heute gar nicht mehr online. Dachte ich auch erst. Bitte, bitte, kann ich drehen? Ja, Mann, ich kann drehen. Ich kann drehen. Ich dachte mir, wie lange willst du da, wenn deine Cousine bleiben, Alter? Ja, der wird hart. Acht. Hundert. Kappa. Oh, drei, zwei. Ne. Dreh doch, du Mongo. Früt du Mongo. Habt ihr gesehen, wie dieses Drehrad das Auto auf einmal weggebeamt hat? Alles klar, richtig ehrenlos. Das Auto wird einfach weggebeamt. Ey, das ist so mies. Deswegen habe ich jetzt Antisachen bekommen, Alter. Okay, dann sehen wir uns gleich, wenn wir bei der Hamftflantage sind. Tode. So, den Motorraddub jetzt schnell gegründet. Jetzt habe ich den jetzt... Der hat mich flaxen. Ne. Ist. Hör mal. Ach, der hat mich nicht weiß. Alter, Alter. Aber wieder rein und dann kaufen und dann suchen wir einfach die Globi direkt. Alter, Digga. Wenn ich spinne... Also ich habe hier eine Spinner, ne? Wegen Fliegen und Mücken und so alles. Hm. Weil Mücken, die nerven ja im Sommer. Deswegen habe ich hier so eine Spinne. Die habe ich auch nicht getötet. Die seit Anfang an, seit der Sommer gestartet ist, ist die hier drinne. Digga, die ist so fett geworden, Alter. Ich habe Angst, wenn die Kinder... Dann sauge ich die einen, Digga. Dann habe ich keinen Bock mehr auf mein Leben. Dann sauge ich die einen, das sage ich dir jetzt schon. Vorräte kaufen. Ja. Ja. Und dann... Müsste das irgendwann später ankommen. Aber... Was muss man noch suchen? Verreckt. Äh, Flockwohr. 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 Wahrscheinlich Flockwohr. Wahrscheinlich Flockwohr, Junge. Bin dich dumm. Aber dann... Ich dachte mir, du bist immer so angefallen. Und dann habe ich einfach die Zeraufgabe gezogen. Hab ich aber auch gefragt. Aber... Du hättest das ja nicht machen müssen, aber du bist halt Ehrenmann. Ah ja, Mann, hier, Flockwohr, steig schon da. Digga. Irgendwie denke ich, ich habe schon Kinder bekommen, der gerade laufen so kleine Tiere rum. Ich sage auch, die, glaube ich, morgen einen Degger. Das ist mir jetzt auch nicht peinlich. Das ist ja eigentlich sogar ein guter Zweck. So eine Spinne. Weil, Bruder, da kommen die fettesten Tiere bei mir ins Hausdegger und dann frisst die Spinne die auf, also. Naja, ich hatte mal... Eine Fliege ist mal bei mir ins Zimmer gekommen, ne? Habe ich die da so oben in ein Spinnnetz reingeschleudert, so, ne? Bruder, irgendwie, ich glaube, zwei Stunden hat es gebraucht. Degger, das war so lange, Alter. Und dann hat es aufgehört, dann bin ich eingeschlafen, direkt. Bruder, aber wenn Winter kommt, also richtig Winter, dann ist die, glaube ich, weg. Oder halt, wenn die Kinder bekommt, dann ist sie auch direkt weg. Ich darf mir meine Flaschen nicht mehr um... Sniper Mar... Degger, ist das? Mich hat jemand... Mich hat jemand in so eine Gruppe... Partygruppe gemacht, kenn ich nicht. Nein, ich bin glaube ich schon... Ah, das ist gar nicht der Jester. Hätte ich mal können, das wird... Jester. Stay true part, auch den Wagen, den ich hab? Ja, moin. Ah, viele haben den Wagen. Ja, moin. Ich bin schon groß und fünf. Bro, you want to do a mission with me? What the fuck? What the fuck did you say to me, you little shit? Spaß, ne, das, ähm... Lächerlich. Mich fragt hier einfach jemand, ob ich mit ihm ne Mission mache. Ah, fuck. Oh, somebody is going to be hurting him after that hit. Was muss ich denn da machen? Ich lasse... Ich, ähm... Echt, hoch. Bam, Junge! Welcher jetzt explodiert, ne? Pfff. Arm in... Aua. Still, die Flagge. Ich... Äh? The fuck? Achso, wir haben die... Wir haben die Flagge. Ich... Ich lasse das drinnen. Und dann, wenn diese Runde vorbei ist, dann... Quitt ich, glaub ich, wieder, weil dann ja die Mission ja vorbei ist. Bro, what's up, boys? Oder dieser Wagen, der hört sich fresh an. Aber kann man gar nicht lenken, Junge. Hä? Also haben wir jetzt doch beide Flaggen, oder wie? Hä? Ich check... Ich check das nicht. Ey, ich check den Modus grad nicht. Ich... Da, ja. An account hatte ich locker über elfmal die Killcam. Ja, moin. Ich nicht einmal. Ne, schon. Fahr hier rein. Oh, gut. Wunsch. Nein. Aua, 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 aua. Schnell, schnell hoch. Oh, mein Gott. Hä? Kann ich dir danken? Ne, ne? Ne. Ich werde drüber geboostet. Meine Fris. Du findest super Lobby's. Ich muss mich hier anstrengen. Das liegt auch. Standard. Jetzt der Point wieder oben, Decker. Willst du mich flachsen? Hier will einer, dass ich mit dem zocke. Und er ist nicht deutsch. Ja, danke, dass du mich ramst. Dankeschön. Der soll die Flagge wegbringen, Alter. Ist der dumm? Meine Fris. Warum muss ich immer so schmerzen? Danke, dass du mich wegramst. Ja, er kriegt diesmal die Flagge. Ja, glaube ich schon. Yeah. Huh? What? Ich glaube, der eine Typ checkt nicht, was er mit der Flagge machen soll. Er soll einfach nur die Flagge hier hinbringen. Nichts anderes. Digga, das hier ist los. Au. Ich bin schon groß und fünf. Try, Leute. Moin, Max hier. Ich lad euch ein. Ich bin. Try, Max. Groß ist die Welt schon jetzt. Und du hast gar nicht Sex. Ich lad euch ein. Ich bin. Ja, wie oft geht das denn noch hoch? What? Die töten sich selber. Nein, nein, nein. Digga, bring doch! Auf mich wird eine Rakete geschossen. No way. Schnürwig. Au. Der Geist. Digga! Wenn der Deutsch könnte wäre geil. Auf ihn landen. Oh, ho, ho. Na und tschüss. Ich bin schon groß. Ein 5, 3, Leute. Moin, Max hier. Ich warte. Und wie oft hast du bei mir Streaks gedrückt? Aber. Hä? Ja. Hallo? Ja. Wie oft hast du bei mir Streaks gedrückt? Das ist eine Art Weg, um es zu tun. Kim! Hallo? Mein Herz ist kaputt. Alles klar. Ich glaube, bei ihm ist hier jemand oder so. Mein Herz hat Trader mich. Merke ich. Hörst mich? Ja. Ja. Wie viele Streaks hast du bei mir gedrückt? Mehrmals komplett full. Ah ja. Ich habe gesehen, du hast Scharfschutz-Zinnest bei mir reingepackt. Oder kam Feli? Ne, Scharfschutz-Zinnest war schon richtig, ne? Mhm. Ich habe mal wieder Ghost gespielt, ne? Hm. Daja, wie konnte das mein Lieblings- Äh, Spiel sein? Okay, das wird dann, dass du da rausgekattet bist, gleich. Wieso hat jeder nur die KN-Variante, man? Ich will die haben. Diese Mission haben wir jetzt geschafft. Warte. Hallo? Nein! Felsch! Ähm, hier. Also brauchte ich wieder nur eine Runde machen, als ob ich das gar nicht karten brauchen. Ja, moin. Und dann warten wir jetzt halt kurz, bis das da, das mit der Handplantage. Aber das werde ich, glaube ich, auch wegkarten. Ähm, ich schwa auf alles, das dauert, dann jetzt wieder 20 Sekunden, dann ist es wieder da. Dann bis gleich. Warte. Ah, ich dachte, ich bin dran da drauf. Bis gleich. So, da haben wir jetzt auch endlich diese Scheiß-Aufgabe geschafft. Alter, fast Level 128, ja, moin. Hier jetzt noch einmal schnell zeigen. Also das war's von diesem Video. Bis morgen und ciao. All, und ihr seht's ja bestimmt. Jetzt kommen diese Videos nur noch so ein um 23 bis 23 bis 30 online. Aber wenn die Schulzeit, also übermorgen wieder anfängt, dann kommen die meistens um 16, 17 Uhr. Also ich bin dran. Bis zum nächsten Mal. Willst du zum sort. Oh. Oh nee. Oh. Oh nee. Na đi Pocket Aufluf so這是 ligнь.